Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Die Produkttester auf YouTube. Heute haben wir ein Paket bekommen aus China und zwar handelt es sich hierbei um die Yeezy 350 V2 Socken. Diese gibt es leider so nicht zu kaufen, sondern leider nur aus China zu importieren. Aber wir haben sie uns einfach mal bestellt und wollten euch die heute einfach mal vorstellen. Hier haben wir einmal den Karton. Dieser ist wirklich sehr gut verarbeitet, fühlt sich auch wirklich gut an. Hier steht nochmal dieser Sock drauf. Von unten einfach mal gar nichts. Ist auch sehr schön verarbeitet. Auf der anderen Seite wieder Sock und oben drauf die 350 wie bei den Adidas Yeezy Boost 350 V2. Wie das überall abgedruckt ist. So. Wollen wir den Karton heute mal öffnen für euch. Dann zeige ich euch, wie das aussieht von einem. So. Kommen wir jetzt mal zu den Socken. Wir haben drei verschiedene Farben. Wie hier einmal den Oreo Ton. Natürlich dieses weiß-gräuliche mit der schwarzen Socke. Auf jeder Socke steht wieder dieses SPLY-350. Wie auch bei den Yeezy 350 V2 Modellen. Dann haben wir hier einmal den Kopperton, also den Kupferton. Den Grünton und den Rotton. Diese hier sind wie diese drei Modelle vom 350 V2, die an diesem Black Friday rausgekommen sind. Und das ist hier sozusagen spiegelt das Modell Oreo wieder. Also hier seht ihr noch einmal alle Socken in Gänze, wie sie ausgerollt aussehen. Hier seht ihr noch einmal den Oreo, Copper, Green und Red. Dann können wir den einmal sozusagen aufklappen, die Socken. Wie man sie halt am Fuß tragen würde. Damit ihr seht, dass das wirklich aussieht wie so ein Schuh. So, das ist natürlich dann wieder an der Außenseite, wie bei den Schuhen. Nun möchte ich mich einfach nochmal bei euch bedanken, dafür, dass ihr wieder bei diesem Video zugeschaut habt. Wir freuen uns wie immer über jeden einzelnen Daumen nach oben. Wenn ihr uns abonniert und weiterhin mit Content versorgt werden wollt, abonniert uns ganz einfach. Wir laden unsere Videos immer hoch mit einer Benachrichtigung für die Zuschauer, wenn wir wieder ein neues Video hochgeladen haben. Und wir würden uns natürlich auch über eure Meinung zu den Socken freuen. Schreibt einfach eure Meinung in die Kommentare oder wenn ihr andere Fragen habt, alles in die Kommentare reinhauen. Und ja, das wäre es dann mit diesem Video für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein Leute, bis zum nächsten Mal.